so jetzt so let's go mir ein Bucky Tante wir haben hier ein anderes hast du gehört? oh Gott hat sich jeder hintergeguckt? ach doch noch jemand kleine hässliche Kuh Karma Fatze Karma ich höre mal ganz kurz was du im Gefallen tun danke die eine gerade noch die gerade auf dem Boden liegt kam genau dahinter wo ich gerade bin aber nö der Killer kennt lieber ihr hinterher als mir Karma sag ich dazu sag ich doch mir um die Hand triff ja jetzt weißt du was trotzdem dass die Karma Kuh ist trotzdem muss ich sie treffen ich hätte die gleich gerne gehen ne besser ist besser oh läuft doch richtig gut 1-0 Chance mit 2 im Haken hör 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 oh ich komm es aber wieder zurück Nein, du lässt es. Komm, du musst deine Achterrunde bitte machen. Wir gehen gleich hier hinter, als ob man den Arsch lang zeigt. Ich habe keinen Bock mehr langsam. Ey, was? Ich habe auch den Blatt von Atengold. Wo ist sie? Nee, ich finde keinen Chen hier. Ist die Map ohne Chen gespawnt? Ach, da sind sie. Naja. Naja, endlich mal einen Chen abzuschliessen. Hm, hm. Die letzte, dass es früher fünf gab. Ganz früher. Ah, das weiß ich schon, wir müssen es nicht lernen. Ich kann das sowieso nie weitergeben, weil das auch eine Rolle ist. Die Hauptpalette ist weg. Also vom Keller aus. Ich muss dir noch was lustiges erzählen nach der Runde machen. Neu spalten. Ich leide, dann habe ich nichts fertig gemacht. Ich renne nicht so viele Schüsse weg. Wann ich ein bisschen was höre. Ne, jetzt gehe ich doch weg. Das geht. Das geht. Das geht in Ordnung. Das geht in Ordnung. Okay. Hallo. Das ist ein Puckern-Puckern. Hallo? Uff. Ah! Das ist wohl keine Absicht. Ich glaube, die kommt nicht. Du kannst wieder zurückkommen. So. Junge, langsam übers Fenster gehst. So. Was? Was machst du? Ja, dann hör auf! Jetzt ist sie schon tot. Ich weiß nicht, was der andere die Bank hast gemacht. So. In der Zeit hätten sie schon nur den Schrank geschafft. Jetzt sind sie ja. Ja, dann hör auf ihn. Wir haben eine Frise B count. Wir werden Sie nicht. Wir werden die Bank nicht verletzt. Wir machen die Z bunches vor. Wir werden Sie nicht weg. Eigentlich muss ich jetzt mal ein Challenge gehen. Was macht die andere, was macht die Fan die ganze Zeit? Was macht die? Was macht die? Was macht die? Das war's für heute. Oh, oh. Das war's für heute. Das war's. Oh, Feng ist jetzt mal ein Shen. Der hat's gelernt, wie man Shens macht. 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 Okay. 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 Okay.